so dann mal weiter hier bei assassins creed jagen sie da einmal nach seit hinterher so müsste ich es erst mal sehen war wo ist er ist verloren kriegen wir bestimmt noch im laufe des spiels eine oder zwei mal gucken so auf das pferdchen nicht aufs pferdchen sondern in die taverne tür öffnen zack drin hallo charles ist die frau die wir suchen aufgeteilt es heißt dass sie gerade außerhalb der stadt für aufruhr sorgt in einem dorf namens lexington dann fangen wir dort mit der super wir treffen uns da na gut wir sollen nach lexington vorher muss ich aber erst mal noch schnell was gucken und zwar spielsteuerung sowie grafik sound einstellungen gut alles an waffen werkzeug updates als mini karte bekanntheitskarte rekruten steuerung 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 machen wir mal aus weil nämlich bei den video sequenzen ständig dieses überspringen kommt und das ist äußerst ungünstig weil ich daraus immer die die videos haben jetzt erstelle und wenn dann da mal überspringen steht so schön so na gut dann haben wir mal nach lexington ich hoffe ich reite hier richtig aber folge wat weisen ziehen aufmerksamkeit auf sich und verlangsamen ihre bewegung geben sie ihnen geld damit sie in ruhe gelassen werden ja da sind wir ja nur relativ gut durch ich muss jetzt erst mal auf die karte gucken wo sind wir hier hallo karte ja karte mission ist das denn logbuch karte ja bereiche karte ansehen alles auf der karte anzeigen mission blablabla ich will ich will vernünftig ich wollte eigentlich vernünftig auf die karte gucken aber irgendwie hat er mir das verwehrt und north meeting house mhm 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 durch die hintergassen von boston aber ich glaube nicht dass das richtig ist hier hier ist nämlich der hafen da kommen wir ja irgendwie her hey was soll denn das mhm 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 so wir wollen mal genauer gucken hier wat bla 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 ok so ist jetzt hier taverne ist klar grenzland schatz ja wo müssen wir denn hin stehe ich nicht wir machen mal hier grenzland schnellreise per schnellreise zu diesem ort reisen jawohl so aha hier ist ein ausrufezeichen schauen wir mal ja wir möchten ins grenzland na klar ach diese detail diese details sind einfach nur schick jetzt haben wir natürlich gegen gaul war oder zu fuß machen oh ja bäume klettern ist auch toll kann man ja jetzt alles machen guck trotzdem noch mal auf die karte noch gut joggen wir einfach mal hin da was cool im schnee im tiefen schnee ist er langsamer dann so nett gemacht da ein bisschen zu kämpfen da ist wahrscheinlich dann die siedlung lexington betreten das hier aktiviert lexington hier sind rote leute und die können wir eigentlich nicht wahr wir sind ja friedlich haben wir nichts verbrochen ist ja doch weiter als gedacht jetzt haben wir angefangen jetzt müssen wir das ende bringen schön durch den schnee stapfend so sind wir jetzt nur da oder nicht ah da gibt es pferde gleich mal ihn sichern aber ist recht wenig los hier in der gegend auf einem pferd sprinten ja wissen wir noch so guten tag schön dass du mich mitgenommen hast ich komme einfach mal hinterher sequenz 3 nicht überzeugt mission starten habt ihr sie gefunden sie hat ihr lager nicht weit von hier sehr gut nun je eher wir sie finden desto rascher können wir wieder ins warme warnung ja das wiesig auch ich fühlte ich habe schlechte nachrichten zu einer rückkehr in seine dienste ich bat um mehr zeit doch ohne erfolge ihn ärgert bestimmt noch der verlust mit ganz ganz zu schweigen von seiner dem tut ihr verlangt ich versuche derweil euch freistellen zu lassen der ärger tut mir sehr leid nicht eure schuld so mal hinter dem herr war mal schauen wo der wo sich die jute befindet zu spät das feuer ist noch nicht lange aus die spuren im schnee frisch sie ist noch nicht weit verdammt pferde sind auch weg schön es müssen ihre sein sie hat sich nach oben geweint aus dem schnee heraus sind hier irgendwo spuren mit spuren hier oder was ich hoffe ich bin hier richtig kollege kommt mit äh ja und du sind ja hier mehr so unsere war so dann gucken wir noch mal bei dem lager da ach da so die ist jeweils ein berg hoch die kraxel wieder ausschaut und jetzt wieder wieder runter nur mal gucken wann wir sie haben so jetzt jetzt lang jahr lang da ist er oh 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 bleib stehn bleib stehn ach auf die bäume kein aber geht lauf nicht weg ich muss mit dir reden ja ich bin nicht dein feind ja der die da wird boah so schnell keine ne die hört nie mehr zu weil wir müssen nochmal neu machen und so action jackson ich komme hier allein zurecht ja ja das glaube ich alles noch nicht erstmal hochkommen auf den baum ja klasse ich bin nicht dein feind vielleicht kommen wir auch noch ja nicht auf den baum hoch kann ja auch sein oh mein gott weib du lass mich doch sprechen weib genug von diesen spiel oh oh schießen schießen geht optionale ziel haben wir schon mal nicht erreicht wo ist jetzt die tante b b b b die sind oh hallo bitte noch schneller boah die alte haut ab und ich habe hier einen kopf voll weg hier wo sind die hin so die müsste diese frau finden ja wo sind die hin alter ja toll warum kann ich mich jetzt nicht bewegen so wo ist die tante jetzt hin was ist di Thatima